Zwei Stück! Oh Gott ey! Der trifft auch immer, das ist doof! Jetzt! Ja, das musst du mir nicht sagen! Ich muss einen Rucksack fährt machen! Ich muss einen Rucksack fährt! Na bitte! Boah! Lebt der andere noch? Ja, na klar! Aber da ist auch der Helm schon weg! Scheuse, Scheuse, Scheuse! Boah, das ist fucking ab! Und das, das ist können! Nein, natürlich nicht! Das kann doch jeder Noob! Dann habe ich jetzt auch wieder ein paar! Mein lieber Herr versankt! Das ist fein! Arbeiter war nicht zufällig nur ein anderer Name für Sklaven, oder? Sklaven? Sie waren ein Haufen von Knackis und Irren, die eine zweite Chance bekommen haben! Die Sklaven wurden verkürzt! Und dafür haben auch die Tunnels die Stadt am Laufen gehalten! Das hat man eben davon, wenn man mit solchen Wixern nachsichtig ist! Sie haben den Untergrund der Stadt also mit Verbrechern besiedelt! Brillant! Ja, sehr brillant! Er ist nichts! Such weiter vorne! Es ist wieder viel zu ruhig! Mano! Oh, von hier kommen wir ja! Ich bin ja auch sehr schlau! Gefunden! Willst du dafür jetzt vielleicht einen Schreis? Komm in die Gänge! Wir marschieren kopfüber in die Scheiße! Bam! Hoppala! Und es geht wieder nach unten! Sechster Akt, Kapitel 2! Es gibt Ärger! Oh, da werden so viele Mutanten rumhausen! Ich sehe das jetzt schon! Vor mir! Was ihr Wixköpfe hier vor euch seht, ist der Schmutzpferch! Verdammt! Das war kein Witz! Groß genug für 1000 Insassen! Das ist krass! 28.000, um genau zu sein! Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt! Die Verwaltung hatte hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden! Nichts als gemeine Scheiße in den Bergen! Naja, die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram! Also, haben diese debilen, kriminellen Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören! Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr! Kann ich auch irgendwie nachvollziehen! So weit haben diese Knackis nicht gedacht! Was ist jetzt noch hier unten? Müssten wir hier etwas mehr Muni kaufen, für unsere Standardwaffe! Da haben wir noch Waffe! Ich lege jetzt die Waffe weg, ich komme wieder zu der Pistole! So! Da ist die Muni voll! Ladung kaufen! Nö! Geht ja auch nicht! Ihr auch! So! Und weiter! Oh! Junge, was klammerst du, Alter! Wie rüstet man das denn nochmal aus? Achso! Also gegen die Burnouts kämpfe ich eigentlich gerne, die sind nicht so schwer! Warning! Den Rest kann ich nicht lesen! Macht keine plötzlichen Bewegungen! Dieses klapprige Scheißteile gleich! Woah! Fall da! Fuck! Woah! Ist das eklig! Verfind der Scheiße! Schnell los! Puh! Oh oh! Oh oh! Oh Gott! Schaffen wir das noch? Oh ja! Ja! Ist mir geschafft! Komm! Oh! Boah! Ihr Wichser taucht doch immer zum miesesten Zeitpunkt aus! Oh! So sieht's doch aus, ey! Nice! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Lass die mal so weit fliegen! Es tut gut, wieder im Spiel zu sein! Mein lieber Junge, ey! Ey! Das ist schon der Wahnsinn, ey, was die hier gemacht haben! Oh! Die sahen ein bisschen aus wie von Dead Space. Immer das gleiche. Ach nö. Bitte nicht. Ach, das wird witzig. Das. Mann, jetzt. Okay, ich zieh das jetzt durch. Ich renne einfach durch. Ja, das hat man da vorne, wenn man mich erschrecken will. Da passiert so eine Scheiße. Nur Fliegen ist schöner. Ich laufe. So begrüßt man aber keine Gäste. Alter. Chillt mal, Jungs. Ich liebe diese Waffe. Auch gut gegen Zombie-Apokalypsen. Ist das geil? Oh ne Scheiß, Mann. Oh. Oh, boah. Ei, ei, ei. Wahnsinn. Und schon haben wir fast wieder 5000 Punkte. Äh, Moment mal. Wieso haben wir hier das ganze Ding voll? Ist das ein Bug? Ha, ist ja geil. Hm. Ich hoffe, das ist ein Bug, ey. Oder hab ich wirklich so viele gekauft? Hm. Wieso bist du jetzt so ruhig? Hast du Schiss, wa? Oh. Oh. Oh, nein. Nein. Wie schade. Nein. Oh. Oh. Schade. Ich kann nicht nur vernünftig die Umgebung im Auge behalten. Aber egal. Hier unten ist eine Tür, die vermutlich... Schwingt eure Ersche hier runter, ihr Säcke. Es gibt Ärger. Ichi, auf der anderen Seite ist ein Gerüst. Na los. Ichi, lass die Zeit. Der Junge schafft das schon. Ich habe zehn Jahre lang davon geträumt, Serrano umzulegen. Und jetzt rette ich ihn. Du hättest ihn töten können. Die Gelegenheit war da. Ich muss dich hier rausbringen. Etwas wieder gut machen. Als wir vor Jahren die Wahrheit über Serrano rausgefunden haben, hätten wir in die Außenvertranten verschwinden können und wären sicher gewesen. Aber ich habe dich bis in die dunklen Ebenen geschleift, um den General zu jagen. Ich weiß, Ishi. Das sehe ich anders. Bei deinem Wunsch, Serrano für seine Verbrechen zu töten, ging es niemals um Rache. Es war eine gerechte Mission, um Vergeltung für seine vielen unschuldigen Opfer zu üben. So kann man das natürlich auch sagen. Du hast uns in die Mission geführt. Unsere Chance auf Erlösung. Und ich wusste immer, dass ich für dieses Ziel sterben würde. So ehrenhaft sind meine Motive nicht. Was auch geschieht. Was ich auch sage, wenn ich die Kontrolle verliere. Eins weiß ich. Du bist mein Bruder. Ich bin dir aus freien Stücken gefolgt. Und ich gebe dir nicht die Schuld. Das ist gut zu wissen, Ishi. Mach mir ein paar Mutanten kalt. Das kleine Mädchen. Novaks Tochter. Das ist Trishka. Und ich konnte nicht verhindern, dass Serrano sie tötet. Ich... Ich hatte keine Ahnung. Hör zu. Wir werden an Bord des Rettungsschips gehen. Aber sobald wir von diesem Drecksloch runter sind... Skalpieren wir dieses miese Drecksloch? Schleckschwein. Na hoffentlich hat der Computer von Ishi ja keine andere Meinung. Ach man. Hier wird es gleich wieder sowas von abgehen. Oh. Schniper. Äh, Schniper. Nicht Schniper. Geh in Deckung. Schniper. Schniper. Wechsel. Bitte. Komm schon. So. Okay. Aber getroffen. Schön. Bluff. Aha. Dammit. In den Arsch. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Aua. Scheint es gewesen zu sein. Rechts. Rechts. Ach so. Ja, wir sind gleich ruhig. Hä? Was? Wie ist das so passiert? Wie dir der eine da fliegt? Das ist so schlecht von mir. Das muss doch jetzt was werden, oder? Geht das Ding noch mit in die Luft? Das wäre cool. Ja. Aber hat nichts gebracht. Schade. Ja, ja. Füllen den den Arsch. Damn it. Hoho.